Jetzt kommt er. Und da kommt er schon wieder. Da kommt er von links. Und da von rechts. Und da kommt er von hinten. Da von vorn. Da kommt er uns spanisch. Und da kommt er natürlich nicht. Aber dafür kommt er am 30. Juli ins Kino. Schön wie der Morgen. Frisch wie der Tau. Und spitz wie Nachbars Lumpi. Otto, der Liebesfilm. Und freigegeben ab sechs.